Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaft Simulator 22. So, heute wollten wir Stroh dann einfahren. Ich muss noch kurz den Timer stellen. Ich bin heute paddelig. So, Timer ist gestellt. Somit haben wir dann auch keine zu lange Folgen. Ja, ich wollte eigentlich bei mir die Grafik ein bisschen runterschrauben. Ich habe es aber wieder vergessen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht mehr den neuesten Laptop und ja, legt euch alle schlafen. Dann ist das jetzt halt so. Ähm, ich nehme an, das wird durch Updates auch irgendwann besser. Ich habe jetzt aber auch das Gefühl, wenn ich das jetzt auf noch niedriger stelle, wird dieser ganze Schwubbel, äh, von der Grafik her noch beschissener. Ähm, und darauf habe ich keinen Bock. Ich möchte auch ein bisschen von der, also ein bisschen grafisch was zeigen. Ähm, ich spiele nicht auf hoch, sondern wirklich nur auf mittlerer Stufe. Deswegen, es tut mir leid, wenn es ruckeln sollte. Ähm, es ist halt... Ich kann es leider noch nicht ändern. Ich muss mir irgendwann einen neuen Laptop kaufen, das weiß ich auch. Aber... Ihr wisst ja immer, das liebe Geld. Wächst nicht auf Bäumen, sondern man muss dafür hart arbeiten. Und, äh... So ein neuerer Gaming Laptop, äh, kostet leider auch schon 1000, 1500, 2000 Euro, wenn man halt wirklich was Gutes haben will. Oh, guckt mal hier unser Trucki an. So, Karte können wir ausmachen. Ausmachen. Hello. Aus. Weg. So. Eigentlich wollte ich mal einen Screenshot von unserem Trucki machen. Boah, ich finde das mit diesen Dings da oben so geil. So. Bevor ich keine Folgen-Dingsforms hab. Ähm, ja. Stroh werden wir hier im Hänger lassen, vorausgesetzt, äh... Wir haben jetzt keine zig vollen Ladungen. Ähm... Dann seh ich das allerdings schon so kommen, dass wir, äh... Ja, was mach ich denn jetzt hier gerade? Dass wir einmal verkaufen werden. Ich nehm hier die zweite, dritte Reihe. Okay. Also dann würden wir halt einmal ne volle Ladung verkaufen. Mit einem Viehhändler wahrscheinlich. Und danach dann halt, äh, die nächste Ladung für uns behalten. Denn ich hab das nämlich schon mal mitbekommen, dass das hier super viel Stroh immer ist. Und ich möchte das hier echt nicht einfach so auf den Hof schmeißen und Balm pressen. Ähm... Ja, ich möchte dafür jetzt gerade noch kein Geld ausgeben, aber sonst, äh, hätte ich halt auch schon Maschinen dann für, ähm, Quaderballen. Ich möchte gerne Quaderballen machen und keine Rundballen, denn die Quaderballen kann man nämlich definitiv besser stapeln als diese ollen Rundballen. Ähm, da gibt's natürlich auch Vollprofis, die kriegen das natürlich hin. Ähm, auch die Runden schön zu lagern, aber... Hehe, ich wird wahrscheinlich noch nicht mal Quaderballen gestapelt kriegen. Weil ich dafür einfach kein Talent habe. Oder halt einfach zu ungeübt bin, weil ich immer die Aufgaben anderer Leute erledigen müssen habe. Weil ich mich vor dieser Aufgabe immer gedrückt habe und Angst hatte, etwas falsch zu machen. Ja, dadurch wird man dann natürlich auch nicht besser und deswegen ist der Singleplayer halt echt gut. Ähm... Man lernt halt viele neue Sachen dazu. Weil im Singleplayer kann man sich nicht auf andere Leute verlassen, sondern man muss selbst mit den... ...Kladderradatsch klarkommen. Ja, mir egal. Mehr gar nicht rumfällt. Das sieht so schön aus, wenn das umkippt und dann zu viel aufstellt. Ich weiß, normalerweise wäre es jetzt kaputt. Aber ist es nicht. Ach. Ich glaube, heute kriege ich irgendwie das Ganze besser gelenkt. Ich glaube, ich sollte öfter weniger schlafen. Weil ich bekomme aktuell, ähm... ...nicht so viel Schlaf. Ähm... Ich habe vor zwei Tagen meine Booster-Impfung bekommen. Also am Donnerstag. Ich nehme die Folge jetzt gerade an... ...äh, auf einem Samstag auf. Am 4.12. nehme ich die jetzt auf. Ich habe am 2.12. meine Booster-Impfung bekommen. Mit Moderna. Und, äh... Ja, da tut mir... ...mein Arm jetzt ein bisschen weh. Und, äh... Ich kann mich nicht auf die linke Seite legen. Und... ...weil ich da ja die Spritze bekommen habe. Und... ...ja, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man geimpft wird. Ähm... Ich will jetzt auch keine Impfdiskussion oder so starten. Ich wollte schon einfach so ein bisschen mal... ...so ein bisschen Smalltalk nebenbei auch mal, äh... ...halten. Denn... Ich glaube, wir werden... ...ja, hier ein bisschen zu tun haben. Und... ...ich wüsste sonst nicht, was ich die ganze Zeit an Plänen und so, äh... ...weiter erzählen sollte. Deswegen... Smalltalk. Ähm... Ja, nächstes Jahr steht auch einiges bei mir an. 2022. Ähm... Ich werde mir mal wieder einen richtig schönen Urlaub gönnen. In Deutschland. Nein. Andere Richtung. Ich werde an die Nordsee fahren. Und es mir dort... ...fünf Tage gut gehen lassen. Ich trage aktuell, äh... ...Zeitung aus. Weil... ...wie man ja immer so schön sagt, Geld stinkt nicht. Ähm... Und das ist halt einfach Geld, das lege ich... ...n bisschen zur Seite. Für den Urlaub. Dann werde ich nächstes Jahr zum dritten Mal Tante. Im Februar... ...wenn's denn stattfinden sollte, ähm... ...man weiß ja nie. Ähm... ...gehe ich zur Show der Ehrlich Brothers... ...in Düsseldorf. Ähm... ...ja, im November ist dann... ...endlich, Kristall, die Show. Ich glaube, die war ebenfalls in Düsseldorf. Im November. Ähm... ...die wurde jetzt ja zwei Jahre verschoben. Immer wieder. Und, äh... ...ja. Ich hoffe dann einfach... ...dann endlich, äh... ...das, äh, also... ...besuchen zu können und... ...ja, jetzt werden wir mal... ...den ersten Stroh wegfahren. Die erste Ladung. Ach guck mal, das ist echt nicht so weit von uns entfernt. Das geht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen wir das, äh... ...abladen werden. Ich würde jetzt sagen... ...definitiv die Folge. Und, äh, sollte ich in der nächsten Folge länger brauchen... ...wird's da ein kleines Bild geben. Ähm... Maniesken juckt? Nicht in den Fassaden! Oder wir, äh... ...fahren einfach mal so ein bisschen, äh... ...wie gesagt, ich möchte das ja alles eigentlich... ...schön gemütlich hier haben. Ich wette, der hupt gleich. Ist mir aber egal. Lass den hupten. Ja, also da war ich heute Morgen auch schon früh unterwegs. Dann war heute auch der Pufschmied-Termin. Äh... ...die Esel und die Ponys von meiner Mutter mussten zum Pufschmied. Meine Mutter hat ja fünf Esel und drei, ähm... ...Shettys. Und... ...ja, wer mir auf Instagram folgt, hat er definitiv von dem ein oder anderen Tierchen schon mal ein Foto gesehen. Ich heiße da ja genauso wie hier mit zusammengeschrieben. Also Sandy Moonlight. Und... ...ja... ...war heute Morgen natürlich viel Action, ähm... Zeitung austragen, Zeitung austragen unterbrochen. Dann war ich dann bei meinen Eltern, hab da ein bisschen geholfen. Und... ...ja... ...und dann habe ich vorhin wieder weiter Zeitung ausgetragen. Und... ...ja... ...als ich dann zu Hause war, Mittag gegessen. Und... ...mit meinen Kater gewuschelt. Mit meinem Skarchen. Mit meinem Alexi. Der eigentlich Lexfer ist, aber irgendwie find der Alexi geiler. Ich weiß auch nicht. Also es tut mir leid, wenn ich hier wirklich über Felder und so abkürze, ne? Ähm... Das würde ich natürlich mit Fruchtverderben nicht tun. Jeder, der, ähm... ...richtig spielt. Schlägt jetzt gerade die Hände wahrscheinlich über den Kopf zusammen. Denkt sich so... Boah, Mädel, warum machst du dat? Ja... ...äh... ...weil ich, ähm... ...weil ich kann. Ohne Fruchtverderben geht das. Cool. Also gut. Wir werden uns auch da gleich mal kurz, äh, umgucken. Ein bisschen. Hier an dem Gebäude. Denn ich bin ja immer recht neugierig. Dann gucken wir das nämlich auch mal gerne hier an. Wartet mal, muss ich jetzt hier vorne abladen? Ernsthaft? Ernsthaft? Nö. Ah, jetzt. Weg damit. Guckt mal, da hinten ist der grüne Flubbel. Aber wir laden hier ab. Und guckt mal, unser Geld steigt wieder. Wuhu. Das heißt, wir können zwei, drei Ladungen wahrscheinlich verkaufen. Wenn ich jetzt aussteigen würde, würde der aufhören, das rauszufluppen. Deswegen, ja, damit kann ich leben. Geh mal. Kleiner. So. Ich lasse es jetzt markiert, weil wir müssen da ja hier sowieso gleich nochmal hin. Schon wieder so eine Tasche. Guckt mal, da ist ein Vogel an der Wand. Mäh. Ist die weit geflogen? Nein. Guckt mal, da ist ein Vogel an der Wand. Kann man den aufnehmen? Ist das ein Petri? Ist das ein Sticker von dem Petri? Nö, kann man nicht aufnehmen. Schade. Oh, jetzt habe ich das Flubbel hier weggemacht. Hier so ein komisches Auto. Ich habe zwar mittlerweile auch eine Karte für die Sachen bekommen, wo ich die finden könnte. Aber ich gucke mich dennoch immer nochmal gerne um. Wenn ich dann irgendwann ratlos sein sollte, würde ich die Karte wirklich verwenden, aber sonst. Ach guck mal, ein Kanister. Nö, ich mache hier schon wieder Unordnung. Naja, und wir machen ja auch immer ein bisschen was anderes noch nebenbei. Hui. Ich finde das cool gemacht hier. Mit hier diesen Flubbel. Dann ist hier so eine Laderampe. Und man hier so einen Flubbel. Gang. Dann hier aber irgendwie sieht das aus wie bei so einem Schlachter. Also hier könntet ihr dann die Tiere abholen. So ab nach Hause. Einfach rüber. Und sieht keiner. Guck mal, wie schön das hier ist. Mit dem Wasser. Mir gefällt das hier voll gut. Auf dieser Karte. So. Ich kann mich bis jetzt hier nicht beschweren von dem, was ich gesehen habe. Vorne ist so eine kleine Insel. Einheit mich bei mir in der Stadt an der einen See. Beziehungsweise ist ja mehr oder weniger in der Nachbarstadt. Da ist nämlich auch so eine Insel. Mitten auf dem See. Oh, ich fange wieder damit an. Jedes Mal. Hau ab. Aua. Was ist mir jetzt wehgetan? Das ist grubier. Normalerweise bremsen die doch. Der hat jetzt Folge ausgegeben. Aber hey, das Auto müsste kaputt sein. Ich bin nämlich drüber gefahren. Ein Traktor ist nicht ganz so leicht. Ja, ich lebe ja auch eher ländlich. Also, ähm. In der Kleinstadt, in der ich lebe, sind ringsherum sehr viele Dörfer. Wirklich sehr, sehr viele Dörfer. Ähm. Ja. Und meine Schwester wohnt sogar auf dem Dorf. Die Jüngste. Die hat Hühner. Wir sind sowieso eine sehr, sehr tierliebe Familie. Falls ich das schon mal erzählt hatte. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Meine Schwester hat nämlich Hühner. Äh, dann hat sie einen Chihuahua. Oh, ne. Das ist eine großgeratene Ratte. Ähm. Ja. Ja. Dann hat die auch eine Katze. Meine andere Schwester hat zwei Katzen. Gekko. Meine Eltern haben auch Katzen. Drei Hunde. Schafe. Da hatte ich auch schon mal Fotos gepostet von, ähm. Ja, und dann hat die Esel und die Konz. Also wir sind wirklich eine sehr tierliebe Familie. Und wenn ich ein verletztes Tier finde, es sei denn, es ist auch eine Taube, dann helfe ich der. Und ich lasse sie dann da nicht liegen. Das kann ich nicht. Jetzt würden einige natürlich wieder sagen, oder denken, wie auch immer. Höh, Ratten. Äh, äh, Ratten sag ich schon. Tauben, Ratten der Lüfte. Ja, aber die haben sich das auch nicht ausgesucht. Ich glaube, so verachtet wie die, äh, wie, so verachtet wie die werden. Dann könnten die sich vorher wählen, was sie werden, dann werden sie lieber ein kleiner Spatz oder so. Und nicht so was Verhasstes. Wie seht ihr das? Würdet ihr einer verletzten Taube helfen, oder seid ihr da eher so, ja, zwar gesehen, aber, ja, pff, gibt genug davon. Also, es soll keiner gesteinigt werden in den Kommentaren. Ich, mich würde das nur brennend interessieren. Wie ihr das so seht. Habt ihr auch Haustiere? Wenn ja, was habt ihr? Och, Timer. Nein. Die Strecke fahren wir jetzt noch zu sein. Ja, also, was habt ihr für Tiere? Oder was für Tiere sind bei euch in der Familie, wenn ihr keine eigenen habt? Ja. So, jetzt haben wir die Strecke auch gleich in den Schraft. Und... Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir wirklich das Feld fertig. Und sage ich jetzt, bis zur nächsten Folge. Tschüss! 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 Tschüss!